Zwei, eins, Schnitt! Zwei, eins, Schnitt! Mein Name ist Wolfgang Viertler, ich bin Bürgermeister der jungen Stadt Mittersiel. In unserer Stadt ist es von großer Bedeutung, dass wir unsere Kinder und unsere Jugend zu Sport und Bewegung animieren wollen. Es ist natürlich auch so, dass in Österreich der Wintersport eine besondere Stellung hat und diese Sommeraktivität eine tolle Vorbereitung für den Winter darstellt. Mein Name ist Tracy Anderson, ich bin der Initiator von diesem Konzept hier in Mittersiel. Für mich als Arbeiter ist es wichtig etwas zu entwickeln, wo die Kinder sich bewegen und haben eine langfristige Sportart, wo sie das ganze Körpertraining und Gesundheit haben. Aber sie merken das, das macht einfach Spaß und daneben kommt die Gesundheit und die Bewegung. Und ich finde es einfach ideal. Und ich finde es einfach, dass es eine Freizeitung ist. Und ich finde es einfach, dass wir unsere Kinder und thinkバaquung haben, dass wir die Gesundheit haben. Und aber alle Dinge, dass wir es nicht mehr so, dass wir jetzt nicht mehr so, dass wir sie nicht mehr so, dass ihr es nicht mehr so, dass wir es nicht mehr so, dass wir nicht mehr so haben. Vielen Dank.